Moin Moin und Savadi Kap! Ihr befindet euch heute mit mir in der Stadt Buriram, der größten Stadt im Isan im Osten des Landes. Und hier werden wir uns einmal auf die Walking Street begeben. Angeblich sind ja alle Walking Streets irgendwie sehr ähnlich, doch wir müssen sagen zum Glück. Denn das bedeutet, dass wir jetzt eine Menge leckeres Essen finden werden und vielleicht das ein oder andere Souvenir, welches wir mitnehmen können. Von daher würde ich sagen, ihr kommt jetzt einfach mit und wir machen uns auf eine kleine Runde ein bisschen schlendern wie hier über die Straße. Die Marktaufteilung hier ist recht einfach. Auf der einen Seite haben wir alles mögliche an Essensständen, süßes, saures oder auch herzhaftes. Und auf der anderen Seite, da befindet sich wirklich alles andere, angefangen bei Kleidung über Souvenirs oder auch neuerdings in Thailand Cannabis Pflanzen. Die Marktaufteilung hier ist rechtlich. Das vielleicht Beste an diesem Markt ist, dass man sich hier direkt hinsetzen kann. Und vor allem nicht irgendwo, sondern direkt hier an dem Teich oder dem Flussbecken. Und dazu auch noch leichte Musikunterhaltung, die natürlich Geschmackssache ist, aber auch irgendwo dazugehört. Mir gefällt es so ganz gut, den Einkauf direkt hier zu verzehren. Und wenn wir jetzt einen Platz finden, dann schauen wir mal, was unsere Ausbeute so ist. Das ganze Schlendern über den Markt ist zum einen gar nicht so unanstrengend. Man kommt gut ins Schwitzen und zum anderen bekommt man natürlich auch Hunger, wenn man dort die ganzen Essensstände sieht. Und so habe ich mich entschieden für einen Mango-Salat. Ich hoffe, er ist nicht zu scharf. Ich habe zwar darum gebeten, dass man keine weiteren Chilis hinzufügt, aber in der Zubereitungsschale, dort sind ja immer die Reste des Vorgängers. Und hier isst man nun mal sehr, sehr scharf. Und als kleinen Nachtisch diesen Erdbeer-Joghurt-Smoothie-Shake, wo schon jemand genascht hat. Und zurecht, denn er erscheint wirklich sehr, sehr lecker zu sein. Gut, dann probieren wir mal. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und nicht zu scharf, noch nicht. Es ändert sich vielleicht nach drei, vier Happen, wenn dann die Schärfe so langsam durchkommt. Aber so muss ich sagen, dieser Mango-Salat ist generell eins meiner liebsten Thai-Essen. Und da ich vorgesorgt habe, denn wie angekündigt, die Schärfe kommt. Jetzt hier mit der Show im Hintergrund, welche aus dem Nichts angefangen hat, probieren wir natürlich auch vorzeitig den Nachtisch. Denn was hilft besser gegen Schärfe, als ein bisschen Joghurt, ein bisschen Milch, um das Ganze milde zu halten. Und kalt. So ein kalt. Aber, ja, ich habe vorhin auf dem Weg einige Leute gesehen, die dieses Nachtisch-Frucht-Dessert hatten. Und ich muss sagen, zu Recht. Zu Recht, dass das anscheinend eine große Beliebtheit hat. Schmeckt sehr gut. Und doch, ja, bewahren wir das zum Ende auf, wenn wir dann den Mango-Salat fertig haben mit der ganzen Schärfe. Und dann, ja, wir werden das zum Ende auf. das war die kleine runde über den nachtmarkt über die walking street in buriram vielen dank dass ihr mich hierhin begleitet habt und ich würde mich sehr freuen wenn ich euch auch beim nächsten video bei thailand thai wieder begrüßen darf mein name ist renke und bis dahin wünsche ich euch alles gute auf wiedersehen bis dahin